Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hazard Ops. Diesmal mit dem Spielmodus Sturmeinsatz. Ich hoffe, dass ich diesmal durchkomme, weil letztes Mal ist mir jedes Mal mein Nvidia-Treiber abgeschmiert. Das lag aber hoffentlich daran, dass sich mein MSI-Afterburner automatisch geschlossen hat. Und der sollte eigentlich meine Grafikkarte ein bisschen downtakten, weil die wohl von Haus aus ein bisschen zu stark übertaktet ist und mir deswegen ständig abschmiert. Und ich hoffe, dass ich jetzt repariert habe. Wenn nicht, dann muss ich für heute mal aufhören zu spielen. Ich habe jetzt schon so viele Folgen aufgenommen. Irgendwie drei, drei Folgen, vier Folgen, vier Folgen habe ich jetzt, glaube ich, aufgenommen. Vielleicht und davor noch eine ganze Ewigkeit Swapper und... Good luck, Alpha T. HQ out. Und, ähm, ja, eine ganze Runde Swapper und Minecraft habe ich noch gar nicht gespielt. Wollte ich eigentlich auch noch, aber jetzt schon abends. Ich bin den ganzen Tag schon am aufnehmen. Dann vernichte ich mal alle Feinde und gebe mich dann in den Damm. Stirb, 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 stirb. Wieso werde ich von hinten angegriffen? Ah, hinter mir ist einer gespawnt. Äh, schnell dahin. Ach komm. Wo sind denn meine Partner? Warum kommen denn meine Partner nicht? Ich muss doch angreifen und nicht verteidigen. Oder habe ich den Spielmodus falsch verstanden? Kommt schon. Oh. Headshot. Ammo aus! Na, jetzt habe ich meine dicke Kanone wieder. Tatatat, ratatat. Da oben ist so ein dreckiger Scharfschützer, aber der sitzt dahinter. Ich muss also jetzt erstmal weiter. Na, wo sind die Gegner? Ich könnte eigentlich mir so eine Munitionsküste mal holen. Aber ich brauche direkt Munition, so. Sehr schön. Stirb doch einfach. Arschloch. Tschüss. Hey. Bewirft man dem eine Granate auf den Nasen und das überlebt der oder was? Was sind das denn für billige Granaten? Den wie jeder Arsch überleben kann. Da oben ist auf jeden Fall eine drinne. Aber ohne Granate komme ich da jetzt nicht ran. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss hier weg. Ich muss in Deckung. Ich brauche dringend ein bisschen Deckung. Oh. So, erstmal weg mit denen. Reloading. Ich muss auch mal reloaden. Ich brauche eigentlich mal ein Ammunition-Pack. Warum muss ich denn lang? Da unten durch? Oder da vorne durch dieses Exit-Türchen? Sehr schön. Noch mehr Munition. Oh oh. Vielleicht hätte ich nicht unbedingt da reinrennen sollen. Da ist glaube ich das Ziel. So wie das jetzt gerade aussah. Ich brauche jetzt erstmal einen Ammonation. So. Ammonation. Perfekt. Stierf. Wie viele Granaten habe ich denn? Sehr grabartig übertrieben. Ah, das war ein bisschen kurz. Hätte ich jetzt gut gesagt. Ups. So. Kann mal jemand die Gegner ausschalten langsam? Ja, echt. Oh fuck, oh fuck. Boah. Hätte auch gerade ins Auge gehen können. Mann ey, könnt ihr nicht mal da oben weggehen? Ach, da oben ist der Gegner. Der Hauptgegner. Oh, ich glaube ich habe ihn gerade. Fuck. Ich sterbe. Rettet mich. Verlebt mich. Warum, warum belebt mich keiner? Wahrscheinlich war ich direkt tot. Scheiße ey. Sniper. Achso, die da oben haben mich erledigt. Ups. Was war das? Bin besser im Schärfschießen als ihr da oben. Na, ein bisschen nachladen. Zack, zack, zack. Entschuldigung. Aua, Entschuldigung. Da sind nur ein paar Shotguns, sie hörten mir hier gar nichts. Ich weiß nicht, wie ich da einen Headshot-Platt geschafft habe. Ich brauche jetzt erstmal dringend. Weiß ich, ich brauche dringend. Kondition. Wie, das zählt nicht als Long-Kill, wenn ich auf der Entfernung mit der Pistole jemanden mehr schieße. Oh, geiler Schuss. Oh. Ich habe gar keine Munition mehr, ne? Jetzt habe ich ein Problemchen. Oh, ich kann aber hier eine Waffe wechseln. Jetzt habe ich ein... Ist zwar ein Nachkampf, aber egal. Ja. Braucht dringend die Munition. Geil. Erstmal die Gegner runterjagen. Ups, das war Fail. Oh. Was ist... Jetzt hat jemand den letzten Bereich aktiviert. Fuck. Was ist das denn für Viecher? Ich habe jetzt natürlich jetzt hier den... Erstmal ein bisschen alle Munitionsarten nachladen. Und tschüss. Na, was wollt ihr? Wir waren ja nicht besonders eine Herausforderung. Scheiße, Giftgas, Giftgas, Leute. Wartet doch mal ab, Leute. Nicht vorwaschen. Und wenn ihr alle vorwascht, dann haben wir ein Problemchen und sowas wie das da. Was ist das? Gut. Gut. Halt jemanden sich die Minigun geschnappt? Ne, natürlich nicht. Bist ja auch nur eine Minigun, ne? Braucht man ja auch nicht. Ich hab ne Minigun, ihr habt keine Oh, ich hab keine Munition mehr, schade Na, holt sich jemand den Granatenwerfer? Wahrscheinlich nicht Ich bin gleich tot, wenn das so weitergeht Das war jetzt nicht wirklich erfolgreich Headshot